Du Entschuldige, ich kenn dich, bist du nicht der Kleine, den ich schon ein Spur nicht mehr hab? Der mit 13 schon korrupt war, mehr als was erlaubt war und der alles angestritten hat. Ich hab jahrelang nicht geschlafen, nur weil du in den Fernsehen immer unter Stellung gesagt hast. Komm wir streichen 15 Jahre, holen jetzt alles nach und schneiden dir alle ordentlich die Haare. Kali, 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 mein Gott ist unser Kali reich. Och kommt aus in der Schweiz und tanzt auf Bali, so reich ist nicht der Meurscheich. Go, mein Schigo, hundertei Kuwerli o. Kali, Krasa, bitte, warum nahmst du ihn nicht ein? Das ist der Bubububuckskandal, das ist der Bububububuckskandal, das ist der Bububububuckskandal. Der Kali kassiert immer und überall. Ein Kali steht vorm Richter ganz still und stumm, da kommt der Herr die Bubububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububub mag sie vielleicht beim Ah-Ha-Ha-Ha-Ha, A-Ha-Ha, A-ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha! Bitte, einmal die gebrüder Andras mit Ihnen heute, Kreuzerli, Ja,xe, leid, aber Kreuzerli, war ja so Hope Kling, wie war der Kreuzerli? Warum jhm, mir des? Wie verheb ma des? Also, da sprach, Jo, die Musierdi greifen. Jo, die greifen! Ja, greifen! Ja, den Teffi ist T-V-I-S-T-V-I-S-T-V-O! Ja, und schön, die vierten. Wo geht's ja? Schaut noch, legt noch Geld am Konto. Kräle, kenn ich nicht. Gehörst, das ist ein Wichter. Der kommt ja vor, kein Richter. Wo denn das, kenn ich den? Na, dem geschwemerten Papier kann ich das nicht sehen. Na, ich kann's nicht sehen. Der Heizy-Wuß vom Bumbo-Kaus, der schaut mir so verdächtig aus. Der Heizy hat einen Aufwahl gekriegt, und von den Zeugl massakriert. Der Bühltz hat mir gewöhnt. 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 Der Bühltz hat mir gewöhnt, Da strich tauch ich bis auf die Gewichte und dann kann ich zeigen. Was? Na, die Brüder haben wir uns ein Damen-Gä. Ja, que. Ich war noch niemals in Bad Utz. Ich war noch nie in Liedenschein. Es muss ein anderes gewesen sein. Ich war nie durch. 1, 2, 3, 4 Jeden Donnerstag, so um 17 Uhr, schaut der Kallikrasser auf seine Rolex-Uhr, an seinen Schreibtisch zusammen und verlasst das Amt, weil er hat nur einen Termin, den er nicht gern versammt. Er begibt sich zu seinem Dienstwagen und er tut sich wüsam durch das Chaos-Winds-Plagen. Er besucht halt nicht seine Omi nah, er fährt zur Fiona. In der strengen Kammer von der Marion, ja, der Kallikrasser dann im Bariton. Er vergisst sofort alle Mühe und hasst, wenn er sich der schöne Kopf wie dort frisiert, ein Last mit dem Föhnwillen, ohne Handschellen, auf den Dinnrutschen und sein Geld zählen. Und er ächzt und lächzt in der Nobelscheun und er hört die Fressortürknoi. Klatschi, klatschi, mein Popo, mein Popo, wo macht's so froh, küsst der Meister in die Hand, mein Popo, wo macht's entspannt. Als die Kassastunde vorüber, dann schaut der krasser Karl sich im Spiegel an und er fühlt sich so, wie's dem Braben kommt, wenn er gerade von Gerichte von der Peichte kommt. Sein Gewissen ist völlig frei von Mist, weil er seinen ganzen Tag die Heim nicht sehfert ist. Und für Sünden, er auch begehen mag, er bereut's am Donnerstag. Klatschi, klatschi am Popo, Leute scheißen. Klatschi, klatschi am Popo, wo macht's so froh, küsst der Meister in die Hand, Leute bescheißen, das entspannt. Klatschi, klatschi am Popo, wo macht's so froh, küsst der Meister in die Hand, jeder von den, jeder, 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 der will, der kann bei mir in der Villa wohnen. Tausende berührt, denn Millionen ist nix passiert, tausendmal gemacht, LP hat es blick gemacht. Entschuldigen Sie, ist das der Sonderzug zur Villa? Ich muss dort eben mal hin, zu meinem Häuschen am See. All die ganzen Steuerzahler dürfen hier wohnen, dürfen in der Villa über Mörker-Zitronen. Kommt doch alle rein, grillen wir ein Schwein, macht es euch bequem, ich lad euch alle ein. Fiona gilt im Garten und sie pflanzt nur Tomaten, und ich, sie steht daneben mit den goldenen Spaten. Ja, so kann man was sparen, braucht nicht zum Supermarkt zu fahren, kostet mal den Prima Kopfsalat. Ja, super. Das ist das, was nicht mal den Prima Kopfsalat. Das ist das andere, das ist das andere. Was bleibt mir wohl kein Plattl? Schau mal nach, mal sag mal. Schau mal nach, weil es war eben, da war doch kein Plattl. Ja, da waren Sie, das ist nur ein Plattl. Weil, das ist nämlich das von meinem Opa, weißt du. Mein Opa, ja, das hat einem ein Geschenk zum Gitarren. War es wirklich, oder was? Ja, ja, das war ja. Da liegt dann, schau, da. Ja, das ist es. Das ist ja wirklich, das ist von meinem Opa, ja. Der Opa ist das. Das ist aus dem 18. 19. Jahrhundert. Aber jetzt ist das Kreuz noch rum. Ja, aus Öfenbarn ist das. Ja, das ist Öfenbarn. Junge. Ja, das ist das. Untertitelung des ZDF, 2020